Ich bin bei dem auf der Liste auf Platz 50 quasi und alle davor haben Nein gesagt, so, wenn er dir bei mir ankommt, kann er nicht gut sein. Guck mal, wenn ich doch hier meine im Grundgesetz vorgeschriebenen 7% sichere Aktienmarktrentite bekomme, warum soll ich denn dann nicht einen fetten Kredit aufnehmen? Ich habe tatsächlich nur, glaube ich, gekauft bei 10 damals. 10 Euro? Okay, okay, dann können wir uns schon mal vorstellen, wie viel Kohl du mit GameStop gemacht hast. Nicht schlecht, nicht schlecht. Ich sitze dann irgendwie neben 10 an der Superreichen ab Tisch und dann gehen alle rum und fragen, okay, welches cooles Investment habe ich gerade gemacht. So, willst ja nicht sagen müssen, ja, mein ETF-Proplan läuft weiter richtig gut, sondern du brauchst schon noch mal ein bisschen was Spannenderes. Marktgeflüster. Hallo und herzlich willkommen zu Folge Nummer 58 vom Marktgeflüster-Podcast. Heute mit, äh, nicht Holger. Guten Tag, wer sind Sie? Ich bin der oft beschriebene, aber noch nicht erschienene Jan, den es tatsächlich wirklich gibt. Ich bin nicht nur eine Illusion von Holgers Gedanken. Sehr gut, sehr gut. Freut mich. Für diejenigen, die den Podcast letzte Woche gehört haben, wissen, wir waren am Dienstag schon mal essen. Das Kennenlerngespräch ist gut verlaufen, von daher schon mal sehr positiv. Haken dran. Und Holger hat uns ganz wirre Bilder geschickt von da, wo er gerade unterwegs ist, von der Börse. Hast du die gesehen? Die habe ich tatsächlich gesehen. Ich fand sehr unterhaltsam. Also gefühlt, ich habe nicht immer gewundert, wie er die Bilder eigentlich macht, weil wahrscheinlich kann er sich abfotografieren, wenn er es selber macht. Aber, ja, gefühlt auf Instagram mehr Bilder, die er gemacht hat, als der tatsächliche Content. Genau. Falls der schon einfach auf Belize ist. Ja, ich weiß auch nicht, was er für irgendwelche Zocker-Zertifikate an die Börse gebracht hat. Also er war irgendwie an der, mit HSBC-Derivaten oder sowas an der Börse und hat da irgendwie, ich weiß nicht, ob er die Glocke geklingelt hat. Naja, auf jeden Fall hochgradig unseriös, wie man es von ihm kennt. Und, ähm, vielleicht können wir ein Bild davon nehmen und auf den Thumbnail packen. Ich glaube, das wird mal, das wird mal was Besonderes. Dieses kleine Bildchen, weißt du? Das wäre wahrscheinlich hervorragend für die Conversion. Also, kann mir nichts Besseres vorstellen. Genau, sehr gut. Ähm, du hast mir vorher schon gesagt, Holger hat dich genau so vorgestellt, wie du das auch wirklich machst. Also, du hast klassisch Ausbildung bei der Sparkasse gemacht und dann in der Privatkundenberatung, richtig? Genau, ich habe nur irgendwelchen Omas, O-Minute-Aktien-Fonds natürlich verkauft. Holger wäre stolz. Genau. Nee, aber erzähl mal so ein bisschen, was du machst oder wo ihr euch kennengelernt habt mit Holger, nur damit wir so ein bisschen Kontext haben. Gerne. Äh, also tatsächlich, ähm, wo fange ich an? Äh, wie früh soll ich denn anfangen? Äh, wie du magst. Also, was Holger uns ja mitgegeben hat, ist, dass du im, ähm, Asset-Management in London bei Goldman warst. Ach so, ja, genau. Oder? Das hat er doch im Podcast gesagt. Genau, das hat er schon mal gesagt. Das war schon mal falsch. Äh, genau. Ich war nämlich im, äh, Private-Wealth-Management in Frankfurt. Aber ich war genauso wie er auch bei Goldman. Mhm. Äh, aber wie wir uns kennengelernt haben, war ich tatsächlich relativ lustige Fügung. Das war ja damals noch im Messeturm, von dem hat Holger sicherlich schon mal erzählt. Ja, der Stift. Genau, der Stift, genau. Das schöne Gebäude. Mhm. Und der, äh, quasi Trading-Floor, also auf dem er gearbeitet hat, quasi das Trading-Team, war ja auf dem gleichen Stockwerk wie PBM. Mhm. Äh, ich glaub tatsächlich, Holger... Was ist PBM? Ach so, tut mir leid. Äh, das Private-Wealth-Management. Mhm. Also quasi bei Goldman ist das eigentlich fundamental genau das Gleiche, was auch die Sparkasse macht, nur für etwas vermögendere Privatpersonen. Ab wie viel geht's da los? Äh, also in der Regel so ab 10 Millionen Euro. Okay. Liquides Vermögen, also Immobilien zählen nicht. Äh, korrekt. Also wirklich Perspektive darauf, dass du Goldman 10 Millionen Euro Vermögen anvertraust. Mhm. Äh, das kann natürlich in verschiedenen Themen sein, das kann auch Immobilien sein, aber es sollte quasi, also 10 Millionen ist so in der Regel die Grenze. Mhm. Ähm, genau. Und ich weiß tatsächlich, ich müsste jetzt nochmal schauen, ob Holger und ich wirklich formell Overlap hatten, aber ich glaub zum ersten Mal kennengelernt hatten wir uns. Ich glaub, da war er gerade schon, ich glaub damals in München noch an der Uni tätig, oder äh, wo auch da war. Und er hat dann einmal tatsächlich in Frankfurt den Messeturm Besuch, ich weiß, da kam mal vorbei, da haben wir uns die Hand geschüttelt, da haben wir uns formell kennengelernt. Ja, und wie fandst du ihn so? Erste, erste Impression? Richtig arrogant natürlich, richtig unangenehm natürlich. So, ähm. Er wird es sehr bereuen, dass er jemand anderes in den Podcast geschickt hat. Äh, aber tatsächlich war es dann so, äh, ein guter Freund und damaliger Kollege von ihm, äh, mit dem ich hatte, hatte ich dann tatsächlich Kontakt oder mehr Kontakt, als ich dann Goldman verlassen hatte 2018. Ähm, äh, und hab dann quasi immer wieder gesehen, dann ist ja Holger aus München nach Nürtegen gegangen, äh, ich bin gebürtiger Schwabe, also komm um die quasi aus einem Vorort von Stuttgart, äh, und da dachte ich so, hey, eigentlich, ich lese den Content von Holger auf Instagram, äh, ich tatsächlich sehr, sehr gerne, äh, empfehle den quasi auch immer Freunden gerne weiter, ähnlich so wie bei euch, äh, ich sag mal, nicht der klassische. Das musst du jetzt nicht sagen, das musst du jetzt nicht sagen. Ach, so mach ich natürlich gerne. Ähm, nee, also nicht so der klassische Content von wegen so, ja, wenn du 100 Euro im Monat anlegst, du sieben Prozent pro Jahr, dann bist du Millionär mit 60, sondern wirklich, ich sag mal, schon etwas tiefer gehender Content. Also, das fand ich immer sehr angenehm, dachte ich so, hey, Holger, äh, ich bin gerade in der Heimat, wie gesagt, dieser Vorort von Stuttgart, äh, ich hab ja gesehen, du bist in Nürtingen, wollen's mal irgendwie, wenn ich da bin, auf einen Kaffee treffen. Wo er meinte so, ja, äh, Jan, können wir gerne machen, äh, aber ich wohne eigentlich die ganze Zeit gar nicht in Nürtingen, sondern quasi in diesem Vorort, der tatsächlich genau der gleiche Vorort ist, quasi, wo ich auch wohne. Musst du also feststellen, äh, nachdem Holger und ich quasi die ganze Zeit durch die Welt getingelt sind, immer wenn ich nach Hause gehe, meine Eltern besuch, äh, wohnen Holger und ich quasi zehn Minuten voneinander entfernt. Ja, komm, dann müssen wir doch jetzt endlich mal nachholen, uns öfter treffen und haben uns dann schön, ähm, quasi zwischen den beiden quasi Teilorten da eben getroffen, auf einen schönen Platziergang und seitdem einfach viel im, äh, Kontakt geblieben und seitdem auch zu vielen Themen, äh, ausgetauscht, ja. Und wie viel, äh, wie viel Zockerderivate hast du seitdem gekauft? Äh, ich hab tatsächlich nie Struckies gekauft, weil ich immer das große Glück hatte. Struckies sind strukturierte Produkte? Ach so, richtig, genau. Ich stehne Struckies nur als Strukturvertriebler, also die, die quasi, äh, die sagen, hey, willst du dir ein paar hundert Euro nebenbei dazu verdienen, äh, was ich ja auch selbst mal gemacht hab und, äh, Lebensversicherung verkaufen. Ach so, nee, tatsächlich, also ich kenn die Struckies aus meiner Goldman-Zeit, also als die strukturierten Produkte, ähm, und tatsächlich, das hab ich nie gehandelt, weil ich hatte immer das Glück, äh, ich war tatsächlich auch mal Goldman-Kunde. Echt? Hast du 10 Millionen? Äh, nee, ich hatte damals irgendwie so 2000 Euro. Okay. Das war ganz lustig, ich hatte, äh, in meinem Studium quasi, war ich im Ausland, da hab ich nie getraut, irgendwie deutsches Depot aufzumachen, weil du weißt ja nicht, was mit den Steuern los ist. Äh, und tatsächlich hatte ich dann das große Glück, als ich zu Goldman gekommen bin und quasi ein Depot aufmachen wollte, äh, hat ja Holger sicherlich mal erzählt, quasi, wenn man in der Bank arbeitet, handeln möchte, ist das alles sehr restricted, du musst quasi davor alles approven. Äh, ja. Da war ich mal ganz stolz Goldman-Kunde und hatte den großen Vorteil. Ach, es gibt dann in-house einen eigenen Trader, der für Mitarbeiter die, die Trades umsetzt? Äh, damals war das für die kleinen Kunden noch so der Fall, das wurde dann später ausgegliedert auf einen externen Broker, also zumindest für die kleinen Accounts. Äh, aber genau, damals gab es, äh, noch in London saßt ihr mit dem Wealth-Management, dessen Job es war, eben nur die Trades für die Personal Accounts von den Goldman-Mitarbeitern. Okay, spannend. Werbung. Bevor es weitergeht mit der Folge, noch ein kurzer Werbeeinspieler, und zwar möchte ich euch unseren Partner Scalable Capital vorstellen. Diejenigen, die finanzlos erfolgen, wissen, dass Scalable Capital derzeit auf der Nummer 1 in unserem ETF-Sparplanvergleich ist. Aber auch für diejenigen, die am Kapitalmarkt etwas aktiver unterwegs sind, gibt es ein super Angebot von Scalable, nämlich die Prime Plus Trading Flatrate. Diese ist nämlich in Deutschland ziemlich einzigartig statt, wie bei anderen Broker bezahlt ihr dort nämlich nicht pro Trade, sondern habt einfach ein monatliches Abo bei Scalable, wo ihr dann alle Aktien, ETFs und Co. ohne Ordergebühren handeln könnt, ab einem Volumen von 250 Euro. Diese Flatrate kostet euch 4,99 Euro im Monat und ihr könnt beliebig viel handeln und ihr bekommt sogar den attraktiven Guthabenszins bis zu einem Volumen von 100.000 Euro auf euer nicht investiertes Geld bzw. den Cash-Bestand. Die Zinskonditionen sowie den Link zum Prime Plus Broker findest du natürlich wie immer in den Shownotes. Werbung Ende. Und genau, das war Depotstelle damals USA und ich hatte quasi den Vorteil, dass ich keine Zocker-Zertifikate kaufen musste, weil ich quasi wie die klassischen US-AMC und GameStock-Zocker quasi direkt US-Options auch an der Börse handeln konnte. Ach, das durftest du. Das durfte ich dann quasi machen, das geht ja mit der deutschen Depotstelle nicht, aber ich habe dann damals sehr viel Optionen gehandelt auf Small Cap Biotech. Das war dann quasi so damals meine Passion. Und hast du damit Geld verdient oder eher weniger? Ich glaube, ich wäre besser gefallen, wenn ich einfach Facebook gehalten hätte. Ah ja. Also tatsächlich, ich habe Nvidia gekauft und ich glaube, so hätte ich das behalten, das wäre natürlich jetzt schön gewesen, aber da merkt man dann auch immer wieder so, zocken macht dann auch Spaß und hat dann auch mal Glück, aber tatsächlich so, wenn man einfach gar nichts tut, ich glaube, das kommt genauso gut oder besser manchmal raus. Genau, aber das ist ja nicht der Zweck dieses Podcasts, sonst würden ja alle hier abschalten, wenn man sich nicht mehr mit dem Markt beschäftigt und einfach nur so buy and hold betreibt. Deswegen müssen wir ganz aktiv uns mit Dingen beschäftigen. Genau, es möchte niemand langsam reich werden, wenn es viel zu langweilig ist. Ja, stimmt, genau, genau. What the finance? Okay, dann erklär doch mal kurz den Leuten, was Private Wealth Management ist. Also was musst du machen? Ja, ich habe ja, ich habe ja, ich weiß nicht, kennt man vielleicht, ich habe neben meinem Studium, habe ich eine Ausbildung bei der Volksbank gemacht, tatsächlich, so dualer Student und war dann auch im World's Management gewesen. Da waren die Eintragsführer ein bisschen geringer, ich glaube, eine halbe oder eine Viertelmillion war das schon genug, um dort angesiedelt zu sein, also anzulegen in Fonds. Was dann angeboten wurde dort sind irgendwie so, klar, die klassischen Fonds, die jeder angeboten kriegt, so Flossbach von Storches und so weiter, also das sind jetzt so die typischen Mutual Funds, die so beliebt sind. Und dann gab es noch so ein bisschen was abseits, ich glaube, gar nicht unter der Usage-Regulierung, so in Container-Fonds, also Container-Schiffsfonds, solche Dinge. Ich glaube, das ist heute nicht mehr so en vogue, weiß nicht, kennt sich vielleicht ein bisschen besser aus. Mir hat zuletzt jemand aus Luxemburg geschrieben, dass ich den Begriff grauer Kapitalmarkt viel zu lax benutze, aber ich glaube, diese Produkte sind doch grauer Kapitalmarkt, oder? Also aus meiner Perspektive würde ich ja, genau, so der graue Kapitalmarkt, alles, was so diese ... Nicht reguliert ist, ja, nicht retail-reguliert, sagen wir es mal so. Ja, es ist tatsächlich auch retail-reguliert, aber es wird halt irgendwie Geld aufgenommen und verschwindet dann, also heute irgendwie bin ich, über was ich stolpert. Kennst du dieses Ausschnitt aus den, ah, nicht Simpsons, so, and it's gone, weißt du? Achso, das war South Park. South Park, genau, genau. Aber auch irgendwie, heute war ich dann irgendwie unterwegs auf das Investment und die haben dann auch irgendwie so eine wöchentliche Newsletter, so, was tut quasi die BaFin gerade ankreiden? Und dann gab es auch natürlich ganz viel irgendwie ominöse Kryptobuden, wie man leider immer so ein bisschen die Scammy-Werbung bekommt. Aber dann auch ein deutsches Investment, das quasi ein geschlossener Fonds, der Geld einsammelt, um damit eine Fischzucht aufzubauen oder sowas. Aber auch schon irgendwie in mehrerer Generation, das sind halt genau diese Produkte, da nimmt dann einmal jemand für Geld aus und dann tun da irgendwelche Privatinvestoren wahrscheinlich hier Geld reinstecken und irgendwann kommt das Geld dann wieder oder kommt nicht wieder. Ich habe so das Gefühl, im positiven Sinne, da sind die Zeiten so ein bisschen von vorbei, also Container, Medienfonds, sonst noch was. Ich musste mich im Frühjahr damit mal beschäftigen, auch mit dieser quasi 34F-Prüfung zum Anlagen, Finanzanlagenvermittler. Aber ich habe jetzt tatsächlich nicht mehr viel gesehen, dass Leute irgendwie zum Glück Container und Flugzeugfonds verkaufen. Container sind unglaublich rentabel, die kosten ja nichts in der Produktion und die kannst du um die ganze Welt schiffen und verdienst damit eigentlich ganz gutes Geld. Genau. Außer du hast wirklich einen Marktzusammenbruch und diese Firmen sind meistens, oder diese Fonds sogar mega leveraged. Und wenn es dann halt mal so ein Tekken zurückgeht, dann auf einmal, ja, sieht es böse aus. Genau, da gab es ja auch so wirkliche Geschichten, dass du sagst, die Container-Fonds sind quasi gelevered, also auf diesem, quasi auf Ebene dieser Objektgesellschaft. Aber quasi dann nochmal on top wird den Anlegern gesagt, so händen doch nochmal bei der Bank des Lied auf, um nochmal mehr rein zu investieren. Als Steuersparmodell wird das auch ganz gern verkauft. Ich weiß zwar nicht genau wie, aber das weiß nicht. Das war tatsächlich so das Thema, also das auch sehr, also wenn man mal wirklich sich mit der Regulatoren für Container und Flugzeugfonds beschäftigen möchte, kann man sich mit der IHK-Prüfung zum Anlagenvermittler beschäftigen. Da lernt man alles, werde ich nie wieder brauchen, aber kann man da lernen. Und ich glaube genau, da war auch dieses Thema, dass dann irgendwie die Abschreibung quasi nutzen konntest, um privat deine irgendwie Steuern zu reduzieren. Aber ich glaube, das wurde, glaube ich, verschärft, was den Vorteil hatte, dass es für Privatanleger nicht mehr wirklich machbar ist. Und dann hatten natürlich auch die etwas ominöseren Leute keinen Grund, das weiter zu verkaufen. Also diese Fischzuchten und Co., ich weiß nicht genau, ob das diese Fischzucht ist, aber auch so seltene Erden in Lateinamerika oder Hölzer oder so, die kriegen auf der Investmesse in Stuttgart, da du aus dem Bereich kommst, immer so einen schönen Bereich, wo du erstmal durchlaufen musst dort. Das sind sehr wahrscheinlich die, die am meisten für den Stand bezahlen, weil die willst du eigentlich nicht da haben auf so einer Messe, weil das reputationstechnisch so das Geilste ist. Aber die zahlen ganz gut und später kannst du dann halt einen Discount geben an die, die du eigentlich da haben willst, so große Banken und Fondsgesellschaften. Da hatte ich auch mal ein sehr interessantes Gespräch, habe mich damit auch mal ein bisschen beschäftigt, weil es gibt ja in dem Bereich, ich sage mal, viele Produkte auch im Bereich, es gibt in dem Bereich ja auch viele Produkte so genau, also Solar und Windanlagen und sonst noch was, was an sich schon mal gut ist. Und ich hätte ja mal mit einem Anbieter gesprochen, das war ganz spannend, das war jetzt auch schon, ich glaube, dieses Jahr im Frühjahr, also auch schon ein bisschen höheren Zinsumfeld, so nicht mehr von wegen, du kriegst irgendwie Negativzinsen auf Tagesgeldkonto, sondern wirklich schon, du kannst mit Bundesanleihen wirklich schon wieder irgendwie zwei, drei Prozent Rendite irgendwie einfahren und Unternehmensanleihen natürlich dann nochmal mehr. Und dann war auch das Thema so, ja, die haben dann zum Beispiel für so ein Berliner Mobility-Startup Geld eingesammelt, die halt so eine von den vielen Mobilitätsformen irgendwie machen, die haben dann auch irgendwie so eine Mittelstandsanleihe gegeben. Diese Mittelstandsanleihe hatte irgendwie sechs Prozent Zinsen drauf, wo ich dachte, okay, warum soll ich irgendwie so einem kleinen Startup, das keinen Sinn Geld verdient heute quasi, für sechs Prozent Zinsen eine Mittelstandsanleihe verkaufen. Und gesagt, so, hey, das ist doch eigentlich normalerweise, wenn die irgendwie jetzt von professionellen Geldgebern das Geld aufnehmen, zehn, zwölf Prozent sind. Ja, ja, hast du schon recht, zehn, zwölf Prozent würde schon stimmen, also das ist schon relevanter, aber so, die Leute, wenn die sagen, so zehn, zwölf Prozent, das wirkt denen irgendwie zu dodgy, dann trauen sie sich nicht mehr. Das ist sehr unseriös, genau. Genau, die fühlen sich dann viel wohler, wenn da nur sechs Prozent draufstehen. Und auch da so, hey, also das ist schon klar. Also teilweise waren da doch Sachen, okay, dann werden irgendwelche Bauernhöfe finanziert und man sagt, okay, das hat dann vielleicht noch diese Umweltwirkung. Aber in dem Fall, in dem einen konkreten Fall, dachte ich schon so, also da bereichert sich leider so niemand außer der Finanzberater. Das finde ich dann immer sehr unschön. Ja, definitiv. Aber das hast du ja oft so im Crowd, erst einmal im Crowdfinancing-Bereich und grundsätzlich für Produkte, die ausschließlich für Privatanleger strukturiert werden in der Regel. Das ist nämlich das Schöne an ETFs, die waren ja ursprünglich mal für Professionals gedacht. Und das finde ich eigentlich ganz cool, ganz charmant. Ja, weil die lassen sich da nicht vom Marketing bling, bling ablenken. Ja, das hat uns die Bank auch mal zuletzt erzählt, das war ganz spannend, es gibt ja auch in gewissen Anleihen quasi, selbst in den USA gibt es schon länger, aber ich glaube in Europa wusste ich das gar nicht, dass es quasi manche Anleihen gibt. Also ich weiß ja nicht, wie viele Privatanleger direkt auch Anleihen handeln, aber dass es quasi Anleihen gibt, wie von Volkswagen, da gibt es welche, die kannst du nur als professionelle Anleger handeln und die anderen quasi kannst du auch als Retail-Anleger handeln. Und die Retail-Anleihen haben einfach zwei, drei Prozent weniger Zinsen drauf als die Insti-Anleihe, einfach weil die Leute das Ding halt irgendwie so quasi vom Preis her runterkaufen. Aber du auch sagst, okay, das ist eigentlich kein Grund, so quasi die Leute, die das Geld eher noch bräuchten, ja, kriegen weniger Zinsen. Ja, aber die haben halt weniger Referenzen, wir haben uns auch mal so eine Anleihe, die herausgebracht wurde für Privatanleger, angeschaut hier mit Holger im Podcast und wenn dir dann so die Referenzen fehlen, halt herauszufinden, ist das gut gepriced oder nicht, dann denkst du halt einfach nur, ja, sechs Prozent klingt gut, ja, ohne jetzt Referenzrahmen, wie ist denn da jetzt so das Risikoverhältnis, dann, ja. Und damit jetzt die Überleitung zur Finanzflussanleihe, die jetzt gleich in der Anleihe vergabt. Genau, wir haben schon, wir wurden schon auf alles Mögliche angesprochen, auf, in Kryptozeiten hatten wir in der Community, da mussten wir im Discord ein bisschen bremsen, ein Finanzfluss-Coin zu launchen. Ich habe gesagt, wir können das gerne machen, aber das machen wir nur unter der Bedingung, und damit ist der Coin quasi gestorben, dass das Ding nicht handelbar wird, weil es gibt ja irgendwelche so kleine Plattformen, keine Ahnung, wie die heißen, Poop-Coins oder, oder weiß, wie auch immer die heißen, oder Marketplaces, wo du wirklich jeden Coin listen kannst und dann wäre es zum Spekulationsobjekt geworden und dann wäre das für uns natürlich ein riesen Reputation. Spekulationsrisiko, weißt du, wenn auf einmal so das Ding auf, keine Ahnung, 30 Millionen gepumpt wird und die Leute investieren da rein und dann ist es weg. ETF hieß es, mach doch mal ein ETF, wo ich mir dachte, naja, was soll ich denn 70-30 ETF machen, also 70% World, 30% Emerging Markets, kannst du das selbst günstiger machen. Was noch, ne, Anleihen hat uns noch keiner vorgeschlagen, das ist eine gute Idee, ja. Aber zurück zum Wealth Management, was muss man denn dann so machen dort? Genau, also inhaltlich ist tatsächlich das Wealth Management, also fundamental ist es eigentlich nicht unterschiedlich von dem, was man quasi hat, wenn man heute irgendwie zur Sparkasse der Deutschen Bank geht. Also im Kern, ich sag mal, auch für die natürlich anderen Anspruch, es geben genau auch die Situationen, Leute kommen da hin, haben in der Regel eben einfach liquides Vermögen, das investiert werden muss. Und die Frage, die sich eben stellt, okay, was sind letztendlich eben die richtigen Bedingungen für diese Leute? Das, ich sag mal, fundamental ist das Gleiche, also ... Was sind das dann für Produkte? Also sind das dann auch welche, so aktive Fonds à la Flossbach von Storch & Co? Oder kann es alles sein, also auch Beteiligungen an geschlossenen Gesellschaften oder ... Es ist tatsächlich alles, also ich sag mal, vom klassischen ETF bis hin ... Ach, das geht, ja? Selbstverständlich, also ich finde das halt immer die schöne Sache, dass man so denkt, okay, so ETF, genau wie du meintest, es kommt eigentlich von den Profi-Anlegern, heute wird es irgendwie so als Kleinanleger-Thema irgendwie bezeichnet, aber ganz im Gegenteil, also selbst wenn ich mit irgendwelchen anderen Family-Offices spreche, die sagen, okay, wir haben hier irgendwie hunderte Millionen Euro zum Investment, so, okay, das ist kein Problem, mal mit ETFs zu kaufen. Da gibt es die schöne Anekdote von so einem Pensionsfonds in Nevada, der managt irgendwie 36 Milliarden alleine in ETFs. Also ja, meine größte Herausforderung jeden Tag ist, was esse ich zum Mittag? Und das finde ich das schöne Beispiel, so, ja, okay, selbst wenn man eben so würdig vermögende Privatperson ist, du hast dir gerade irgendwie dein Startup groß verkauft, so, du bist nicht zu groß für den ETF, also das, ich glaube, da muss man schon so Dimensionen erreichen vom norwegischen Staatsfonds oder sowas, dass man vielleicht mal über direkte Beteiligung nachdenken müsste, aber dann ist natürlich so der Punkt, wo auch, ich sag mal, die sieben Basispunkte, die du für den ETF zahlst, dann eben auch wirklich viel Geld sein kann. Nee, aber grundsätzlich, ich sag mal ... Aber den Struggle fühle ich mit der Challenge, was man mittags essen soll, das kenne ich, das Problem ist. Das ist schwierig, ne? Obwohl du hier so eine gute Auswahl hast bei dir drumherum. Aber naja, okay, aber ... Aber das ist vielleicht noch ganz kurz ein guter Punkt, weil ich krieg super auf die Frage gestellt, so, ja, ich hab ein bisschen mehr Geld, was ich anlegen soll, dann kommst du, 10.000 Euro oder so, und dann soll ich das auf mehrere ETFs aufteilen, sag ich, mach dir gar keinen Stress, weißt du so, da brauchst du gar keine Gedanken drüber machen, da kannst du mal auf ... Ich glaube, auf der Webseite von Xetra siehst du ja das tägliche Handelsvolumen von ETFs, und dann wirst du mit deinen 10.000 Euro da absolut nichts bewegen und, ja, brauchst nicht streuen. Genau. Passt. Würde ich auch so unterschreiben. Genau, aber ich sag mal, dann ist das klassisch bei den Leuten, also die klassische Liquideanlage, das ist, sag mal, auch einfach eine Zusammenstellung von, ich sag mal, Aktienfonds, Aktien-ETFs, Anleihenfonds, Anleihen-ETFs. Bei der Größe hast du natürlich teilweise schon den Vorteil, dass du eben auch sogenannte so separately managed accounts fahren kannst. Das heißt, ich finde, da ist immer ein gutes Beispiel, so quasi der DAX, in der DAX sind jetzt 40 Aktien, wo du sagst, okay, normalerweise, ich würde jetzt vielleicht mit einem kleinen Geld den ETF kaufen, aber du natürlich sagst, okay, ich habe jetzt 10 Millionen Euro, die ich in den DAX investieren möchte, dann kannst du eben sagen, ich repliziere den einfach selber, hat verschiedene Gesichtspunkte, manche Leute mögen einfach Einzelaktien besser, gibt immer ein paar so Steuerfragen, aber grundsätzlich, das ist eben ein häufiges Thema, dass Leute sagen so, hey, ich möchte jetzt eben nicht den ETF kaufen, sondern ich möchte irgendwie das so ein bisschen customisen, das kann natürlich auch spezifischer werden, dass es dann Leute gibt in Berlin, die sagen so, hey, ich finde eben Tech-Aktien ganz spannend, so was sind denn irgendwie die Top 30 Tech-Aktien, die Goldman kaufen würde, dann wird da eben so ein Portfolio zusammengestellt und ich sag mal, natürlich wird da so das gesamte Universum von liquiden Investments genutzt, also auch Richtung Optionen werden genutzt, strukturierte Produkte wurden da teilweise genutzt, Rohstoffe eben auch in Maßen, sozusagen das auf der liquiden Seite. Rohstoff-Futures oder? Meistens quasi Rohstoff-ETFs oder eben strukturierte Produkte, die Rohstoffe als ein Underline hatten, also ganz den Basiswerten. Das war meistens eben so das Kernthema, aber natürlich drumherum auch oft die Frage bezüglich, ich sag mal, illiquiden Investments. Also Container- und Flugzeugfonds hatte ich jetzt keine gesehen, aber Private Equity ist eben ein sehr relevantes Thema, also effektiv quasi als Counterpart zum Public Equity, also eben einfach illiquide, geschlossene Fonds, als ich gesagt habe, quasi nicht börsennotierte Beteiligungen in die bekannten großen Namen. Das kann Private Equity sein, das kann Major Capital sein, das können Immobilien sein. Hedgefonds kamen auch ein paar Mal hoch, aber da kennt sich Holger besser aus, als ich da. Aber da brauchst du dann schon größere Tickets, also mit 10.000 Euro kannst du einen Private Equity, oder nicht einen, aber da kannst du auf fünf vielleicht streuen oder so, also da brauchst du schon ein bisschen mehr Volumen, oder? Genau, also das gibt ja das regulatorische Minimum, ich sag mal, meistens sind irgendwie die 200.000 Euro pro Fonds, bei Goldman war natürlich das Minimum meistens noch mal ein bisschen höher, aber da muss man sich natürlich auch immer die Frage stellen, so nur wenn ich jetzt 200.000 Euro hätte, sollte ich vielleicht die nicht alle irgendwie so in einen Korb legen, man hat da ja leider nicht den ETF. Das ist auch nicht zugänglich, ne, also das Private Equity, außer über, naja, da können wir später noch drüber sprechen. Genau, aber genau, also sind auf 10, 12, 15 Jahre quasi illiquide Unternehmensbeteiligungen. Und vor allem auch, da hat man, da hat man als der ganz große Investor wieder den Vorteil, wenn du der milliardenschwere Pensionsfonds bist, der sagt, okay, ich möchte jetzt mein eine Milliarde schweres Private Equity Portfolio verkaufen, dann kannst du zu auch Goldman gehen, die dann quasi für dich da der Broker sind, der M&A beratet, die es für dich machen, aber du als einzelne Privatperson mit einem kleinen, klein ist mal relativ gesagten Ticket, da musst du eben 10, 15 Jahre warten, bis du dein Geld wiederbekommst. Ah ja, okay, super spannend. Jetzt gibt es ja solche Plattformen wie zum Beispiel Moonfair und Co., du hast ja gesagt, du hast dir das mal angeschaut, wir nennen jetzt keine Namen, welche du dir angeschaut hast, aber was hältst du denn davon? Weil ich komme ja so aus dem Corporate Finance Bereich und dort hast du ja die Vorgabe, dass du eigentlich gar keine Public Equities kaufen darfst. Also ich durfte zum Beispiel gar nichts kaufen, außer sehr breit gestreute Fonds und die musst du dich auch immer vorher anmelden und so weiter und so fort. Und Freunde, die von mir jetzt noch in verschiedenen Banken unterwegs sind, die gucken also gar nicht mehr auf den Aktienmarkt, weil sie da restringiert sind und setzen dann halt auf sowas, so Private Equity quasi für den kleinen Mann, in großen Anführungszeichen, weil ich glaube, die Mindest-Tickets sind hier auch schon 100.000, weil ich glaube, mittlerweile geht es bei Moonfair schon ein bisschen geringer als 20.000. Ich glaube, du musst quasi nachweisen, dass du professioneller Investor bist. Also dass du eben tatsächlich, wie wahrscheinlich eben deine Bekannten sozusagen Erfahrung hast in diesen Themen mit drin. Ansonsten, wenn du quasi semi-professioneller Anleger bist, also sozusagen dich da reingelesen hast, weil du den Podcast gehört hast oder sowas, dann ist das mit dem Niemö in der Regel 200.000. Es reicht, wenn du nachweist, dass du so und so viel schon in den Marktgeführungen gehört hast, dann giltst du als professioneller Investor und kannst machen, was du willst. Genau so ist es. Okay, es kommt immer so ein bisschen drauf an. Also ich glaube grundsätzlich, diese Plattformen, also genau, Moonfair ist, glaube ich, der bekannteste Name, aber auch zum Beispiel Liquid oder ich glaube auch Scalable Capital bieten. Scalable weiß ich jetzt fairerweise nicht. Scalable glaube ich nicht, ne. Genau, aber Liquid, was ja auch so ein bisschen der Scalable Wettbewerber ist auf der Robo-Advisory-Seite, die haben auf jeden Fall da Produkte. Ich finde, das ist in der Regel schon ein besserer Schritt, weil ich sage mal, das sind, also die unterliegenden Fonds, würde ich sagen, sind qualitativ auf jeden Fall deutlich besser als das, was in den letzten 10, 20 Jahren irgendwie an geschlossenen Fonds verkauft wurde. Also ich glaube grundsätzlich, weil es halt, ich sage mal, auch etwas öffentlichkeitswirksamere Unternehmen sind, versuchen die auch grundsätzlich für ihre Investoren gute Anlagen zu tätigen. Also Unternehmen meinst du, die Private Equity Fonds, die dort quasi Anteile zugänglich machen, ne. Also du hast jetzt so ein KKR, BlackRock oder was auch immer und die sagen so, okay, ein Teil unseres Fonds, keine Ahnung wie viel Prozent, öffnen wir für die, in Anführungszeichen, Privatanleger, die ja nachweisen müssen, dass sie keine Privatanleger sind, sondern professionell. Und da machen wir jetzt so einen kleinen Pool auf für die, ne. Genau. Und genau, so ist es grundsätzlich, aber ich meine zum Beispiel auch, also wenn man vergleicht, also jetzt, genau, Moonfair und Liquid, also sind ja inzwischen auch schon große Startups. Also ich würde sagen, da sind auch reputable Investoren dahinter, wo man, glaube ich, schon davon ausgehen kann, so, das sind jetzt nicht die Drückerbuden, wie man es irgendwie kennt von historischen geschlossenen Fondsbeteiligungen, wo man sagt, genau, der graue Kapitalmarkt, wie du es beschprochen hattest, von wegen so, also ja, wir verkaufen da einmal die Beteiligung in der Fischzucht und dann verschwinden wir quasi wieder ins Dunkle. Maschmeyer hat ja auch einiges verkauft in seiner Zeit bei AWD, da gab es doch mal so die, dass die da geschlossene Fonds und solche Dinge verkauft haben, die dann später sogar die steuerlichen Vorteile, die es angeblich gab, die wurden dann irgendwann vom Finanzamt gekippt und dann mussten die Investoren da nach, also rückwirkend jede Menge Steuern zahlen. Also da gab es ja auch einige wilde Konstruktionen, ja. Genau, aber das war natürlich das Thema, wo man nachträglich schaut, genau, also bin mir relativ sicher, dass da kein Vertriebsmitarbeiter so eine Kommission irgendwie zurückzahlen musste, sondern das war irgendwie so, okay, ja, Pech gehabt. Wo denkst du hin? Genau, wir hatten da irgendwie ein schönes Camer mit drin. Die armen. Ja, genau, die armen Vertriebsberater, genau, die haben Lampus. Nee, aber also grundsätzlich, das ist, glaube ich, gut. Vielleicht, bevor man da auf die Plattform eingeht, ich glaube, die Kernfrage, die man sich halt immer stellen muss, ist so, sind halt solche Anlagen korrekt für mich, ne? Weil letztendlich der ETF, da weiß man irgendwie, was man hat, ne? Du kaufst den gesamten Markt und wenn der Markt sich verändert, wie genau, wie ich besprochen hatte, beim MSCI World Rebalancing oder sonst noch was, da quasi weißt du, es verändert sich, quasi Unternehmen fallen raus und neue Unternehmen kommen rein, aber quasi du bleibst eben einfach für immer investiert. Also genau, wie wenn ihr euch jetzt irgendwie einfriert und tausend Jahre wartet quasi, solange es MSCI noch gibt quasi, wird es diesen ETF eben auch weitergeben. Und wenn nicht, dann halt einen anderen Index an Anbieter, ne? Es gibt ja viele andere, die sogar noch günstiger sind als MSCI und Co. Und da grundsätzlich, also das ist natürlich die eine Möglichkeit und quasi, wenn man natürlich sagt, ich beteilige mich jetzt quasi an privaten börsennotierten Unternehmen, also es gibt keinen ETF für Private Equity oder sowas. Also so ein Private Equity Fonds hat ja der Regel irgendwas, ich würde mal sagen, so zwischen 10 und 20 Beteiligungen ist so der Durchschnitt, also vielleicht 10, 15 ist so normalerweise, gibt es auch welche, die sind ein bisschen breiter gestreut. Aber dann natürlich fundamental, selbst wenn das große Unternehmen sind, du hast natürlich einen sehr, sehr kleinen Snapshot vom Markt letztendlich. Das sind oft sehr stark gehebelte Unternehmen und vor allem über Hebel oder auch die aktive Mitarbeit für den Private Equity Fonds erwartest du da eben eine höhere Rendite. Wenn man jetzt irgendwelche Langfristzahlen sich da anschaut, sieht man eben, okay, je nachdem, was du anschaust, hat das historisch auch eine Überrendite erzielt gegenüber dem MSCI World beispielsweise. Das waren mal irgendwie 3%, das waren mal 4%. Aber ich gehe jetzt mal nicht zu sehr detailliert irgendwie auf die ganzen Cashflow-Themen raus. Aber ich sage mal, die Kernfrage, die man sich halt stellen muss, ist, ist diese 3% Überrendite, die ich bekomme, natürlich mit dem schönen Zinseszins, ist es mir quasi das wert, dass ich 10, 12 Jahre nicht auf mein Geld zugreifen kann. Und da kenne ich eben Leute, die sagen... Und bei höherem Risiko, ne? Und bei höherem Risiko natürlich, genau. Wegen stärker Konzentration, ja. Genau, weil wenn du jetzt nur einen Fonds zeichnest, dann kann es natürlich sein, dass der super läuft mit den 3%, aber der kann natürlich auch abschmieren, weil er irgendwie in 10 Beteiligungen investiert und 2 gehen pleite, weil sie hatten zu viel Leverage. Das sieht man jetzt auch viel in der Presse, dass da einfach Unternehmen zu viel FK aufgenommen haben, die Zinsen steigen. Frank-Kapital. Genau, so ist das. Und da muss man sich halt nicht freistellen, so ist das das Richtige für mich. Und ich sag mal so, da gibt es, ich glaube mal so zwei Enden vom Spektrum. Das eine Spektrum, das ist ja auch so ein bisschen so teilweise die Endowment-Logik, so gab es auch ein paar spannende Artikel dazu, dass da Leute sagen, so Investoren sind eigentlich zu liquide investiert. Also wenn du jetzt... Zu illiquide? Ne, zu liquide investiert. Zu liquide, okay. Dafür kommst du nicht ran. Ja, aber du kannst ihn jetzt die 10 ja wieder anfassen. Würde man ja vielleicht drüber nachdenken. Also auch so ein bisschen, um vielleicht die psychologischen Fehler teilweise zu vermeiden. So, oh, ich verkaufe zu schlechten Zeitpunkten. Also du kannst sagen, wenn ich nur 1% mehr pro Jahr bekommen würde... Das ist eine der sehr wenigen Vorteile von von gebundenen Lebensversicherungen, die ich da sehe. Dass du quasi ein bisschen gezwungen bist, dieser Zwangsspareffekt, der ja auch häufig beim Immobilienerwerb... Es gibt ja auch Zahlen, die zeigen, dass diejenigen, die im Eigenheim wohnen, schlussendlich reicher sind als diejenigen, die zur Miete wohnen. Liegt aber nur an diesem positiven Zwangsspareffekt. Also nicht, weil sie einen besonders guten Immo-Pick gemacht haben. Aber sorry. Genau, nee, aber absolut. Also da gibt es auch einen berühmten Hedgefondsmanager, den kennt sicherlich der Holger auch gut oder hat mal von ihm gehört, von EQA. Der zum Beispiel, der ist gar kein Freund von Private Equity, weil er zum Beispiel sagt so von wegen, okay, die Leute kauft... Also die haben teilweise einfach ihre Überrendite aus Private Equity, weil sie es einfach nicht anfassen können. So von wegen, die Leute denken, das läuft dir richtig gut, aber quasi aus Risikorendite-Sicht lohnt sich ja nicht gar nicht. Aber die Leute sagen so, hey, ich kaufe meinen Private Equity-Fonds. Wichtiges Fakt ist eben auch, du hast ja da keinen tätigen Preis wie am ETF, sondern in der Regel einmal im Quartal, aber mit sechs Wochen quasi Verzögerung. Das heißt quasi sechs Wochen nach dem Quartalsende weißt du, wie viel dein Fonds wert ist und du hast vier Preise im Jahr. Und dann kann natürlich auch die Fondsgesellschaft teilweise ein bisschen selber bestimmen, wie sie diesen Preis setzt beispielsweise. Dass du sagst so, hey, also gab es so was wie einen so einen Immobilienfonds von Blackstone, als die ganzen börsennotierten Reeds irgendwie teilweise 30, 40 Prozent an Wert verloren haben. Ist der so schön wertstabil quasi langgelaufen? Man hat gesagt, ja, wir haben uns jetzt Zinsen abgesichert und hier noch ein Asset verkauft, wo man halt sagen kann, okay, vielleicht war das so, aber vielleicht haben die auch einfach ihre Preise nicht so aggressiv angepasst, wie quasi Mark-to-Market das an der Börse tun würde. Darüber hatten wir gesprochen. Ich habe gerade sehr viele Fachbegriffe. Also das ist einfach, wenn du, du siehst ja zum Beispiel, wenn du dir so eine Immobilienaktiengesellschaft, meinetwegen die Vonovia, anschaust, dann ist ja der Aktienkurs unter dem Wert, den die Immobilien an sich haben. Also wenn du mal aufsummierst, das gesamte Immobilienportfolio ist wertvoller als die Firma an der Börse. Und da kannst du zwei Schlussfolgerungen. Entweder ist die Firma zu günstig bewertet oder das Immobilienportfolio in deren Büchern zu teuer bewertet. Genau. Und bei einem aktiven, sorry, bei diesem Blackrock-Fonds, über den wir übrigens im Podcast, glaube ich, auch mal gesprochen hatten, der hat ja keine, wie du sagst, Mark-to-Market-Bewertung. Also der ist nicht an der Börse gelistet. Das heißt, das Einzige, was die anzeigen, ist der Wert des Immobilienportfolios. Und wenn sie das nicht abschreiben und sagen, ja, Moment, der Immobilienmarkt ist 30 Prozent runter, stellenweise sagen wir mal 20 Prozent runter, also müssen wir auch unser Portfolio abschreiben. Ja, und dann sieht das einfach so aus, als würde der ganz smooth weiterlaufen. Genau. Und da gibt es natürlich auch viele philosophische Diskussionen quasi, was ist da richtig, was ist da falsch. Zum Beispiel ein Gegenargument ist halt immer das so, mir ist doch eigentlich der Wert egal, weil am Ende zählt nur das, wofür ich angekauft habe und wofür ich mal verkaufe. Und quasi alles zwischendrin ist ja egal. Also vielleicht wäre es für die Private-Equity-Fonds teilweise auch besser zu sagen so, genau, ich gehe hier quasi nach deutscher HGB-Logik, genau, ich lasse es einfach zu Anschaffungskosten drin und dann, wenn ich es dann mal verkaufe für das Dreifache vom quasi Einkaufspreis, dann quasi tue ich da meinen Gewinn realisieren. Aber genau, die Investoren wollen natürlich jetzt nicht sehen, dass die Linie irgendwie so flach geht und dann quasi sprunghaft nach oben, sondern möchte natürlich am liebsten so eine schöne gerade Linie. Mit dem Lineal gezogen. Ja, genau, mit dem Lineal gezogen. Wie früher die offenen Immobilienfonds. Die gibt es ja jetzt auch noch, aber deutlich regulierter. So, damals, als ich im Strukturvertrieb gearbeitet habe, gleich nach einem Abi, ja, habe mich schön davon anziehen lassen mit dem Scheinewedeln, war das das, was man so gezeigt gekriegt hat, so, oh, guck mal, diese Immobilienfonds, der macht jedes Jahr verlässlich 5%, jedes Jahr. Zwar fetter Disclaimer und drunter, vergangene Rendite ist kein Indikator für zukünftige Rendite, aber der macht jedes Jahr 5%. Dann kam die Finanzkrise und dann gab es ja diesen Liquiditätscrunch in diesem Bereich, wo du dann einfach nicht mehr angekommen bist und die ganzen offenen Immobilienfonds wurden geschlossen. Also, ja. Ja, das finde ich auch mal ganz schön, wenn man genau diese ganzen so paar offenen Immobilienfonds, die es in Deutschland noch gibt, anschaut, dass die Preise gehen immer so, weil das sieht immer so viel aus auf den Achsen, aber dann schaust du quasi drauf, okay, die Achse ist irgendwie von Anfang des Jahres bis Jahresende so 2% hoch, dass du denkst, okay, es läuft schon ein Jahr hoch und dann ganz hinten fällt es runter, wenn sie nach einmal im Jahr die Gebühren abbuchen oder sowas. Ah, okay. In welchen Chart siehst du das denn? Also, werden die nicht direkt mit verbucht? Also, irgendeine, ich glaube, Hausinvest, also das ist ja der große, also da meinte ich mal, hatte ich mal draufgeschaut, da hat man so richtig gesehen quasi, weil unten ist. Sind das nicht die Ausschüttungen? Kann das sein, dass es Ausschüttungen sind auch? Ah, vielleicht ist es dann das, vielleicht nicht die Gebühren. Genau, weil ich hatte, weil das Problem, wenn du an einem Tag die Gebühren abbuchen würdest, dann müsstest du einfach am Tag vorher aussteigen, weißt du, verkochst deine Anteilung und gehst am nächsten Tag wieder rein. Ah, das ist doch so ein Arbitrarstrick, von dem Holger immer erzählt, oder? Meinst du, ja, könnte sein, könnte sein. Nee, ich habe ja extra mal einen ETF-Manager gefragt, weil mich jemand das aus der Community gefragt hat, und dann haben die gesagt, nee, nee, wir buchen natürlich jeden Tag einen 365. vom Vieh ab, ja. Die Wochenhighlights Du bist nicht so ein Marktfreak, sagen wir es mal, wie Holger. Das heißt, wir brauchen, wir können uns heute die ganze Sektion irgendwas geht hoch, irgendwas geht runter ersparen, brauchen uns keine Inflation, Arbeitsmarkt zahlen oder die anderen Sachen angucken. Und, aber du hast uns trotzdem ein paar Themen mitgebracht. Das hier, was ist das? Softbank bringt ARM an die Börse. Also, was ist ARM? Das ist ganz spannend. Also, ARM, tatsächlich taucht gerade immer wieder in der Presse auf. Also, das ist ähnlich wie NVIDIA, worüber ihr gesprochen hattet, ich glaube, im vorletzten Podcast. Ja. Ist quasi auch ein größer Hersteller von Chips. Ich muss jetzt eher ehrlicherweise sagen, ich weiß nicht ganz genau, was es für Chips sind, aber ich weiß zumindest, es ist grob gesagt auch in dem spannenderen Themenkomplex. Also, nicht irgendwelche alten Chips, sondern auch tendenziell für, ich sag mal, ob das jetzt gerade AI-Themen oder Grafikthemen oder Handys ist. Also, auf jeden Fall zumindest teilweise etwas en vogue. Und genau, das war ursprünglich ein, es ist quasi ein britisches Unternehmen, ist in UK, waren die an der Börse notiert und wurden dann von Softbank, also dem großen, infamosen japanischen Telekommunikationskonzern mit vielen anderen Themen drumherum, wurden die von der Börse genommen und sollen jetzt wieder zurück an die Börse gehen. Und gehen die in den USA an die Börse? Ja. Ich glaube, die wollen in den USA an die Börse gehen, genau. Machst du IPOs grundsätzlich? Also, mit investieren dort? Nee. Also, ich kaufe selber vielleicht privat mal eine Einzelaktie, aber quasi im tagtätigen Job nicht wirklich. Also, da bin ich auch großer Freund vom ETF. Also, da habe ich ja immer gesehen, wenn quasi Goldman hatte, irgendwelche 50-köpfigen Research- oder Asset-Management-Teams und wenn die es nicht hinbekommen, irgendwie Gewinneraktien zu picken, so, was bilde ich mir ein, dass ich das hinbekomme? Es gibt ja auch genug Studien zu dem Thema, die genau dagegen gehen. Okay, du bist gar kein Stockpicker. Wie liegst du selbst dein Geld an? Ja, doch privat schon so ein bisschen. Aber da bin ich dann tatsächlich so ein bisschen unterwegs, wie es, glaube ich, Holger vor einer Weile noch war. Also, würde ich so die Destin-Nieschiger ... 101er-Aktien oder so hat der gehabt. Absurd viel, ne? Ich habe, glaube ich, irgendwie so 10, 20 drin oder so was. Aber tatsächlich eher auch so ein bisschen so sehr nischige, esoterische, exotische Themen habe ich da irgendwie gerne gemacht. Zum Beispiel? Wir haben einen fetten Disclaimer, keine Anlageberatung. Ach so, ich überlege gerade, was ist gut? Also, tatsächlich, ich hatte wirklich Glück mit GameStop damals. Ah, okay. Hattest du das vor dem Hype? Knapp vor dem Hype, ich habe tatsächlich so einen Options-Socker-Trade auf GameStop damals gemacht, aber ohne zu wissen, dass das geklappt hat. Aber das war eine sehr glückliche Fügung. Echt? Okay, krass. Ich habe da einen Risk-Reversal getradet. Das ist quasi so eine Optionsstrategie. Das war, glaube ich, gerade damals, als irgendwie GameStop anfing, hochzugehen. Ja. Und ich glaube, da war GameStop gerade bei so 35 oder so was. 20, 20 war das. Das war wirklich so Tage vor dieser quasi Kursexplosion. Und dann habe ich da irgendwie so ein bisschen verfolgt. Ich hatte irgendwie keine Ahnung von der Aktie. Ich war auch bis dahin noch nie irgendwie im GameStop-Laden oder so was. Aber das war ganz spannend. Also quasi, wenn man so auf dieses Gefälle schaut von quasi Put- und Call-Optionen, würde man eigentlich immer davon ausgehen, dass quasi Put-Optionen ... Also wenn du zum Beispiel jetzt diesen Strike-Price, also Basiswert 35 Euro oder 35 Dollar damals nimmst, würde es eigentlich davon ausgehen, dass quasi eine Put-Option mit Strike-Price 35 quasi etwas teurer ist als die Call-Optionen auf dem gleichen Wert, weil quasi Leute sagen würden, okay, ich möchte mich quasi hier absichern, einfach gegen Kursverläufe. Quasi mehr Leute möchten sich gegen Kurs quasi Abstütze absichern als quasi gegen Kursgewinne. Okay, das heißt, du hast ein asymmetrisches Pricing. Genau, du hattest ein sehr asymmetrisches Pricing, dass es tatsächlich so war. Ich konnte damals, ich glaube, also für einen noch niedrigen Strike, ich glaube, das war Strike-Price 30, quasi konnte ich eine Put-Option verkaufen. Also ein Verkaufsrecht? Genau, also ein Verkaufsrecht im Sinne ... Nee, ich habe eine Put-Option verkauft. Also verkauft, okay. Sozusagen ich habe jemandem die Verkaufsoptionen gegeben. Genau, quasi ich hätte ... Also quasi auf steigende Kurse gesetzt. Genau, quasi wenn der Preis gefallen wäre, hätte ich das kaufen müssen. Und konnte tatsächlich damit dann zwei At-the-Money-Call-Optionen kaufen. Also quasi ich hatte so schön, eigentlich wieder genau Hebel, wie du es vorhin gesagt hast. Und dann dachte ich, okay, ja, vielleicht geht es irgendwie hoch auf 40, 45 oder so was. Und dann war es, glaube ich, bei 400 oder so was. Und die hast du heute noch drin im Depot? Nee. Nee, das habe ich dann tatsächlich glücklich verkauft, ich glaube, bei 200 oder so was. Das war tatsächlich, das war auch irgendwie eine kleine Position. 200 der Aktienkurs damals. Genau, aber das war halt eine gehebelte Position. Deswegen war das dann, das war schön. Okay, nice. Kann ich mir nichts drauf einbilden, weil das war einfach nur genau der kleine ... Und seitdem machst du Wells-Management für dich selbst und das war's. Ja, genau. Ich verkaufe jetzt so ein bisschen so Coaching, wie man auch solche Trading-Gewinne einfahren kann. Okay. Nee, aber das war ganz schön. Und ansonsten ... Bist du auf Reddit und Co. unterwegs? Also bist du dort drauf aufmerksam geworden, auf diese Idee, oder ... Ich glaube tatsächlich, damals habe ich so ein bisschen genau so Wall-Street-Bets mitgelesen. Seitdem nicht mehr, das natürlich auch alles dann irgendwie ... Ich glaube, die warten ja bis heute noch auf den Short-Squeeze, dass der dann irgendwie kommt. Gibt's ja sogar einen quasi Subreddit, der ja nur darauf quasi ausgelegt ist, wissenschaftlich zu analysieren, damit es da irgendwas quasi hier, die ganzen Banken, die geshorteten Aktien irgendwie verheimlichen und irgendwelches Naked-Shorting gemacht haben oder so. Nee, das war, ich glaube, eine Sache von der Woche, aber das war natürlich ein schöner Start zum Jahr damals. Ja, nice. Und ansonsten tatsächlich in Deutschland damals die Sino AG als Trade Republic angelaufen ist. Okay. Das war tatsächlich damals ganz glücklich. Aber seitdem, muss ich sagen, jetzt, wenn man es mal geschaut, so im letzten Jahr habe ich dann zum ersten Mal ganz langweilig einen ETF-Sparplan gemacht, weil ich gemerkt habe, dass meine ganzen Optionsgeschäfte, Tech-Aktien sind natürlich alle schön abgeschmiert, vor allem jetzt dieses Jahr, als dann irgendwie die Börse tatsächlich hochgelaufen ist. Kaufst du richtige Optionen oder Optionsscheine? Ich kann tatsächlich richtige Optionen kaufen. Ah ja, wo bist du? Warst du ein Westbroker oder? Das ist Interactive Brokers. Bei Abby geht das. Genau, also Goldman hat dann irgendwann gesagt, die mochten mich nicht mehr als Kunde haben. Nachdem du dort raus warst oder während der Zeit schon? Währenddessen noch. Also die haben dann alles, wahrscheinlich so unter einer Million haben sie gesagt, so bitte geht zu Interactive Brokers und dann wurden wir dahin migriert. Aber da bin ich immer noch geblieben, weil da kann man halt quasi alles handeln, was es gibt. Und das fand ich dann immer ganz schön. Aber jetzt in letzter Zeit einfach nur noch ein paar ganz langweilige Einzelaktien und viel Nester geht. Spannend. Vielleicht noch mal ganz kurz zu Sino. Ich weiß nicht, ob jeder diese Story kennt. Also Sino, die machen ja selbst Brokergeschäft, wenn ich mich nicht irre, so für Professionals. Holger hat immer gesagt, das waren immer die toxischen Kunden bei Goldman, weil die sich zu sehr auskennen. Das heißt, wenn du ein Misspricing in deinen Produkten hattest, waren das immer die Kunden, die da voll draufgegangen sind und dich quasi haben bluten lassen. Und die Gründer oder einer der Gründer, glaube ich, hat ein strategisches Venture-Investment gemacht. Also der hat quasi bei Trade Republic investiert. Die waren ja damals in der Startup-Garage gewesen, Trade Republic, von der Comdirect. Weiß nicht, ob du das wusstest. Ach, war das nicht sogar direkt neben dem Messeturm, glaube ich, in Frankfurt? War das in Frankfurt? Ich weiß gar nicht. Vielleicht. Weil die Comdirect ist in Quickborn. Quickborn? Naja, irgendwo im Norden. Und ich weiß gar nicht, ob die dort waren. Jedenfalls haben die da sehr lange quasi das vorbereitet. Ich glaube, zwei oder drei Jahre hatten die Anlaufzeit, bis die mal tatsächlich die Broker-Lizenz hatten und alles drum und dran. Vorher war das ja einfach nur so ein, nicht Portfolio-Tracking, aber so ein Musterportfolio oder so, konntest du dort anlegen. Und die haben tatsächlich Probleme gehabt, eine Anschlussfinanzierung, so ist ein bisschen die Story, ja, zu finden. Die Comdirect wollte dort nicht investieren. Was für ein Riesen-Fail, wenn du mir überlegst. Ich denke, also, weiß es nicht, aber ich könnte mir vorstellen, dass Trade Republic heute mehr wert ist, als die Comdirect, oder? Ich weiß jetzt nicht, also, Trade Republic war jetzt, glaube ich, auch einstelligen Milliardenbetrag wert zuletzt. Also, ihre letzte Venture-Bewertung kann man natürlich vielleicht nicht eins zu eins vergleichen, aber ich kann mir gut vorstellen, dass das zumindest auf damaligem Wert mehr war als die Comdirect. Oder vielleicht sogar mehr als die Coba, ehrlicherweise. Als die Coba? Oh. Müsste man mal nachschauen. Ja, müsste man echt mal nachschauen. Coba sollte keine Milliarde wert sein? Ja, ich weiß, müssen wir mal gucken. Also, paar Milliarden, aber ich weiß nicht, die Coba, Deutsche Bank war doch auch mal irgendwie bei 10 Milliarden. Also, da kann ich mir, glaube ich, vorstellen, dass die Coba auch mal irgendwie bei 3, 4, 5 war. Okay, das müssen wir, okay, warte mal. Das können wir vielleicht mal ganz schnell verifizieren. Also, wir haben es gerade nachgeschaut. Commerzbank aktuell 11,5 Milliarden Marktkapitalisierung, aber so im Low 2020, genau, waren sie bei ungefähr einem Dritte. Also, ja, sagen wir mal, sagen wir mal, grob über den Daumen gepeilt, 3, 4 Milliarden wert. Okay. Ja, wenn dann Trade Republic zu dem Zeitpunkt, ich weiß nicht, wir müssen mal auf Crunchbase gucken, wie viel die wert waren. Aber ja, jedenfalls schlechtes Investment und zu dem Zeitpunkt ist dann die Sino rein, hat den so, hat dort investiert und die haben dann aber ihre Anteile später auch verkauft und einen riesen Dividende ausbezahlt, gell? Ja, das war ganz interessant. Sino hatte ja eigentlich für ein Startup sehr untypisch, ich glaube, ein Drittel an Trade Republic, oder zwei Drittel an Trade Republic, also echt so 66 Prozent. Zwei Drittel. Was ja eigentlich normalerweise eigentlich so aus VC-Perspektive das K.O.-Kriterium ist, weil du willst ja nicht, dass ein Investor so viele Anteile hat oder quasi die Gründer so wenig Anteile. Und genau, die haben dann sukzessive mehr und mehr verkauft. Da steht auch in den Dokumenten drin, die haben ja, glaube ich, auch irgendwelche quasi Optionen an das Management-Team gewährt auf ihre Anteile. Aber genau, die hatten dann irgendwie 60, ich glaube, die waren dann bei 90 Euro letztes Jahr und haben dann 60 Euro Dividende pro Aktie ausgeschüttet. Warst du dabei, als die große Ausschüttung kam? Weil ich kenne viele Leute, die haben kurz davor gekauft, weil sie dachten, oh geil, kriege ich quasi meine ganze Kohle wieder zurück, was ich investiere. Aber naja, ist ja eine Milchmännchenrechnung, ein Dividendenabschlag. Ja, und vor allem kannst du das nicht mehr miteinander verrechnen. Dann hast du ja quasi die großen Dividendenerträge und wenn du die Aktie verkaufst, hast du einen Aktienverlust. Immer so die Sachen, auf die man aufpassen muss. Steuerlich? Ne, warte, sorry, da musst du nochmal wiederholen, da habe ich gerade gehakt. Sag nochmal. Weil du kriegst ja dann die... Du kriegst eine Dividende ausgeschüttet, die musst du sofort versteuern. Genau, die musst du sofort versteuern und dann hättest du ja quasi in dem Moment, wenn du bei 90 Euro eingekauft hättest, hättest du ja quasi jetzt 60 Euro quasi Verlust auf die Aktie stehen. Aber wenn du jetzt verkaufst, Aktiengewinne sind ein separater Verrechnungstopp von allem anderen. Ach ja, das war das Ding. Genau, das heißt, du kannst deine Dividendenerträge nicht mit deinen Aktienverlusten verrechnen. Richtig. Echt ist das so, ja? Dividenden kannst du nicht mit Aktien verrechnen, okay. Genau, Aktien mit Aktien, alles andere miteinander. Ah. Und halt noch dieses Thema seit ein, zwei Jahren mit der quasi Verlustgrenze bei Termingeschäften. Genau, Zockerzeug. Genau, Zockerzeug. Betrifft jetzt die normale oder glaube ich weniger. Aber genau, ich habe tatsächlich die nur, glaube ich, gekauft bei 10 damals. 10 Euro. Das war tatsächlich... Du hast dann 60 Euro Dividende gekriegt wobei fairerweise das meiste von der Zino-Dividende meine GameStop-Steuern dann gezahlt hat. Also das war dann so ein Nullsumenspiel so ein bisschen. Okay, okay. Dann können wir uns schon mal vorstellen, wie viel Kohle du mit GameStop gemacht hast. Nicht schlecht, nicht schlecht. Okay, ich sehe ja. Also ein sehr, sehr, sehr aktiver Trader. Wir haben gar nicht drüber gesprochen, was du jetzt eigentlich aktuell machst, weil Markus hat mir noch den Auftrag mitgegeben, mal zu fragen, was macht denn eigentlich ein Family Office? Ja, genau. Genau, was mache ich eigentlich jetzt? Ich war dann zwei Jahre bei Goldman und hatte da tatsächlich auch eine gute Zeit, würde ich sagen. Also ich hatte, glaube ich, auch für Goldman-Verhältnisse wirklich sehr humane Arbeitszeiten. Ja. Aber bin dann da 2018 weg und quasi... Ja, aber Welsmanagement, da geht es ja vor allem darum, mit den Leuten essen zu gehen, oder? Ja gut, ich war ja so ein bisschen der Hiwi. Ich durfte, glaube ich, zwei, drei Kunden treffen. Ich saß meist im Messeturm und durfte die Orders entgegennehmen. Also ich durfte damals auch tatsächlich quasi traden. Also ich war jetzt nicht der Trader-Trader, aber ich durfte die Orders entgegennehmen und war bei der BaFin quasi auch sogar... Registriert. Registriert, genau. Okay, okay. Aber genau, viel halt so, genau, Portfolio-Vorschläge und das Portfolio-Management und Pitches vorbereiten. Und genau, bin dann aber 2018 weg und bin quasi so von der, also der Sell-Seite, quasi der Vertriebsseite weggewechselt auf die Kundenseite und bin nachdem hingekommen und habe zuerst gearbeitet für einen von den Gründern von Delivery Hero. Aha. Also quasi der gerade nach dem Börsengang sozusagen... Ausgecashed hatte und was mit seiner Kohle machen. Richtig, genau. Und das hat halt gut gepasst, weil ich war irgendwie jung und arbeitsmutig. Und brauchte das Geld. Jung und brauchte das Geld, genau. Und das war halt, ich sag mal, die schöne Fügung, weil logischerweise, wenn man natürlich so viel Geld verdient hat oder, sag mal, auch viele Jahre erfolgreich Unternehmer war, gibt es halt viele Themen, um die man sich vielleicht nicht kümmern möchte. Also so Steuererklärungen oder irgendwelche Zeichnungsunterlagen für einen Fonds auszufüllen. Reifenwechsel, Eigentümerversammlung, viele, viele Geschichten. Und da bin ich dann dazugewechselt und genau, bin jetzt die letzten... Also Family Office ist im Endeffekt, du gründest eine eigene GmbH, packst da deine Kohle rein oder die verwaltet zumindest deine Kohle. In der Regel hast du eine Holdinggesellschaft und dieses Family Office, da stellst du dann Leute ein und die managen dann dein Zeug. Genau, mehr oder weniger. Also ich beschreibe es eigentlich immer gerne so ein bisschen, also in der simpelsten Variante ist es eigentlich so eine private Vermögensverwaltungsgesellschaft. Also effektiv für einen Kunden oder wie der Name halt schon sagt, für eine Familie oder eine Gruppe von zusammenhängenden Leuten hier in Berlin eben oft zum Beispiel irgendwie drei Gründer, die dann sagen, sie möchten ihr Geld gemeinsam investieren. Ah, echt? Okay. Genau. Und das macht dann eben alles vom, rund um die Investmentthemen, also genau das Gleiche, was man auch irgendwie der Bank macht, quasi so klassisch die Anlageallokationen bestellen, die Ziele der Kunden eben festhalten, quasi dagegen eben die richtigen Investments zu finden, das natürlich, also finden und natürlich auch laufend betreuen, aber eben auch alle anderen Themen drumherum, wie auch quasi private Immobilienthemen ist glaube ich was, oft ist eben sehr hoch, womit man sich irgendwie beschäftigt, private Steuererklärung, aber eben auch je nach Detailgrad auch die, das eine oder andere private Thema drumherum, wo man den Leuten eben auch mithilft, weil letztendlich, man ist so ein bisschen Mädchen für alles und ich sag mal so, es gibt natürlich auch Family Offices, die sind dann schon deutlich, deutlich größer, wo du eigentlich effektiv, ich sag mal schon, eigentlich ein institutioneller Investor bist, aber ich würde mal sagen, die meisten Family Offices. Ein paar Milliarden, ne? Ein paar Milliarden, genau, also kenne ich auch einige, also auch quasi der gemeinsame Kontakt von Holger und mir, das war, hätte man jetzt nicht unterscheiden können, ob das ein Family Office ist oder ob da irgendwie gerade der Hedgefonds sitzt oder mehr oder weniger, also das wäre wirklich das gleiche, oder ist das gleiche Qualitätsniveau, aber genau, also man kümmert sich eben auch alles drumherum, also das sind dann auch mal, genau, ich saß irgendwie von einem Chef mal in der Eigentümerversammlung, lustigerweise, das ist dann ganz spannend, wenn irgendwie diskutiert wird, so in welcher Farbe wird der Wellnessbereich renoviert, so Themen, die mir natürlich auch im Tagesgeschäft sehr, sehr nahe sind. Hast du natürlich direkt das Argument, zu sagen, ich muss mir diesen Wellnessbereich mal genauer angucken, ich werde da jetzt mal täglich ein, zwei Stunden verbringen, um wirklich mich da rein zu versetzen und wirklich eine fundierte Entscheidung tragen zu werden. Genau, ich mache ja meine Due Diligence, ganz wichtig. Genau, oder auch natürlich mal irgendwie Blumen holen, ein bisschen zu auch, also ich überlege gerade, was so geht, aber zum Beispiel auch so Konzertkarten, Tickets für Sportevents, also man kümmert sich eben halt um alles, was gemacht werden muss und da darf man sich am Ende auch nicht zu schade sein. Okay, cool. Und, aber es geht natürlich auch um das Thema Investment, also in was investieren dann Family Office so, also ich weiß nicht, ob du das jetzt disclosen kannst, aber wir können es ja relativ allgemein halten, also in was da so die Kohle reingesteckt wird. Hier in Berlin ist ja ziemlich viel Venture Capital und da hast du ja auch schon ein bisschen, zu verschiedenen VC-Themen schon mal ein bisschen was gepostet und steckst ja auch drin. Genau, also VC ist sicherlich, also es gibt vielleicht angefangen, es gibt ein so ein schönes Sprichwort aus einem schönen Artikel, irgendwie so, kennst du ein Family Office, dann kennst du ein Family Office. Also es gibt natürlich immer Überschneidungen, aber am Ende sind die Art und Weise, wie halt so Vermögen verwaltet werden, sehr, sehr unterschiedlich. Kann natürlich auch jeder gestalten, er oder sie, also jede Person gestalten, wie er oder sie das letztendlich eben tun möchte. Genau, wie du meintest, hier in Berlin haben natürlich sehr, sehr viele Leute vor allem ihr Geld verdient, ich sag mal im Tech-Umfeld, das heißt, so ein bisschen so Schuster bleibt bei deinen Leistungen, wenn natürlich erfolgreicher VC-Gründer warst, sieht man es eben sehr häufig, dass Leute auch sagen, so hey, ich hab hier gerade mein Software-Unternehmen für irgendeine gewisse Mittelstandsthematik verkauft, so ich möchte jetzt quasi genau auch wieder in solche Themen rein investieren. In Berlin zum Beispiel gibt es aber auch viele Leute, die haben eben Immobilien Geld verdient, machen natürlich dann auch wieder viel Immobilien und zum Beispiel, wenn du Richtung München schaust, wo natürlich auch viele mittelständische Unternehmen sitzen, da hat man oft auch Family Offices sind eigentlich wie so private Beteiligungsunternehmen, also eigentlich wie der Private Equity Fonds, die dann so die Industrieholding mehr oder weniger aufbauen. Aber so den Sachen sind keine Grenzen gesetzt, also das kann sein von langweiligen Aktien bis hin zu Farmland in Paraguay, also alles schon gesehen oder lebt. Okay, ja spannend. Und warum macht man sich so ein Family Office und investiert nicht einfach alles in ETFs? Ist das günstiger oder? Also wenn du all dein, selbst wenn du Milliardär bist und all dein ganzes Geld nur in ETFs investieren möchtest, also genau wie die Anekdote mit den Pensionsfonds, und dann brauchst du kein Family Office, ehrlicherweise. Also dann, wenn mich das irgendwie heute Leute fragen, sag ich auch, okay, dann suche ich mir. Mach halt. Genau, such eine Bank mit. Also Trade ist jetzt vielleicht nicht irgendwie bei Trade Republic, ich weiß jetzt nicht, Was der Monomina sind über Namen schon. Genau, so ist es. Aber dann such dir quasi die klassische Privatbank à la Goldman oder JP Morgan oder auch die Deutsche Bank und da kannst du das gut handeln und dann machst du da Buy and Hold und musst dich nie wieder drum kümmern. Letztendlich macht man das natürlich dann, ich sag mal, einerseits natürlich aus dem Komfortgedanken. Natürlich, wenn du mal so ein Vermögen erfolgreich aufgebaut hast, nach vielen Jahren harte Arbeit, dann kann man natürlich in gewisser Art und Weise sagen, man hat sich quasi auch den Komfort verdient, dort Leute anzustellen, die einem helfen mit den privaten Themen, das ist sicherlich die eine Seite. Oder natürlich auch, dass man sagt, okay, ich möchte jetzt eben in gewisse Investmentthemen investieren, die vielleicht doch etwas zu Hands-on sind und bauen wir dafür dann ein Team auf. ein bisschen weniger risikoreich sind. Also in der Vermögensaufbauphase macht es natürlich Sinn, gewisse Schwankungen zu akzeptieren, aber später wird es halt vielleicht ein bisschen was Sichereres. Also, keine Ahnung, sagen wir mal, Immobilien kann man als Sicherer considern oder zumindest mal ein Mix von verschiedenen Anlageklassen, also gelistetes, nicht gelistetes und solche Dinge halt. Genau, absolut. Ein bisschen im Ausland vielleicht auch nicht so verkehrt. Genau, also auch, da gibt es natürlich Leute, also andererseits, dass man natürlich global investiert, aber auch, da kennt man auch Geschichten von Leuten, die dann sagen, okay, ich habe dann einen Teil meines Gelds irgendwie in Neuseeland und einen Teil in Kanada und einen Teil in Singapur, natürlich auch die rechtliche Absicherung, also da gibt es auch, ja, also viel Interessanter schon gesehen. Eine Frage, zwei Antworten. Wie sieht es eigentlich aus? Ich habe mal, wir haben ja noch so eine ganze Liste an allen möglichen Fragen, die wir nach und nach abarbeiten müssen und wenn ich, wenn ich das jetzt nicht in ein paar in diese Folge einstreue, dann wird es schwierig, dass wir die runterbekommen. Wir haben mal eine Frage gekriegt zu, weißt du, wie du dich damit auskennst, Genossenschaftsanteilen. Ich bin da tatsächlich echt ein Noob. Ich hatte das damals nur in der Bank und die sind auch ziemlich gut verzinst, aber die sind halt nach oben hin gecappt. Ich finde die Frage jetzt gerade gar nicht mehr, weiß ich, wo die ist. Ja, ich glaube da. Ah ja, genau, genau, genau. Kenne ich mich tatsächlich mit auf und habe nicht mit aus und ich habe auch aktiv die Entscheidung dagegen getroffen, weil lustigerweise diese, also ich habe diese Finanzanlagen von Mittlerprüfung gemacht, weil ich quasi neben meinem einen Arbeitgeber quasi auch die andere andere Person drumherum ein bisschen beraten können will, also das ist ein Setup dafür zu haben und das sind quasi die, also 34F-Prüfung, das sind drei Teile, das ist quasi das eine, der eine generelle Teil für quasi Liquid Investments, dann gibt es den zweiten Teil für geschlossene Fonds, das ist eben genau Flugzeugfonds, Containerfonds, etc. Und der dritte Teil sind sonstige Vermögensanlagen und dazu gehören auch Genossenschaftsanteile und ich dachte da mal so, ja, ist so total easy, diese drei Prüfungen kommen, wenn das irgendwie jemand so 16-Jähriger nach der Realschule hinbekommt, kriegt das sicherlich auch hin und da habe ich richtig geschwitzt, wo ich echt so dachte so, wow, ich bin jetzt irgendwie, ich habe mir den Januar da genommen und dann wie so nach zwei Wochen war ich so mit den ersten beiden Teilen durch und dachte so, okay, mach mal die Probeprüfung, lief gar nicht gut, so okay, vielleicht lasse ich mal den dritten Teil doch lieber außen vor, weil ich weiß jetzt nicht, ich wüsste jetzt nicht heute, heute nicht. Du hast noch geschwänzt, die Genossenschaften. Ich habe tatsächlich, ich habe das dann zum Glück abbestellt, weil ich dachte so, ja, kam es so total easy, so dann bestehe ich da vielleicht nicht, aber es ist ganz interessant, wenn du dich für alle drei Teile anmeldest und bei einem durchfällst, fällst du komplett durch und dann habe ich gesagt, okay, dann lasse ich den dritten Teil lieber außen vor und vielleicht lerne ich dann mal in der Zukunft noch über Genossenschaftsanteile. Ja, okay, 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 verstehe, also über Genossenschaften brauchen wir nicht reden, verstehe. Ich habe hier, hast du mal, du hast nicht so viel Kontakt mit Hedgefonds gehabt, hast du gesagt, das ist eher so eine Holger-Thematik. Das ist tatsächlich eine Holger-Thematik, ich wurde damit irgendwie nie so warm, das liegt vielleicht, aber ich sage mal so, die Family Offices, für die ich gearbeitet habe, also eigentlich genau was du meintest, es gibt eben Leute, die haben sehr großes Vermögen aufgebaut und da ist eben das Thema, Vermögen zu erhalten, sehr großer Faktor und ich glaube, da sind Hedgefonds ja vor allem spannend, vererben, genau, vererben, etc. Und da ist das Thema, dass du sagst, okay, ich möchte irgendwie zwei oder die Hälfte quasi der Aktienmarkt-Rendite mitnehmen, aber ich möchte auch irgendwie nur ein Drittel des Aktienmarkt-Risikos mitnehmen, dass du sagst, so hey, im guten Jahr mache ich fünf Prozent und im schlechten Jahr verliehe ich drei Prozent. Aber wenn du halt quasi so Leute als quasi Kundeneigentümer hast, die halt ihr Geld in Tech verdient haben, so, denen sind es halt irgendwie zehn Prozent Rendite pro Jahr zu langweilig teilweise, wenn du irgendwie in Venture dein Geld verzehnfacht hast, da waren Hedgefonds irgendwie nie so wirklich relevant und ich finde auch, wenn man aufs Langfristige wieder schaut, also genau, oft, also paar Hedgefonds mal angeschaut, da war halt so das Thema, okay, wir haben dann über 20 Jahre die S&P 500 Rendite erzielt mit der Hälfte der Volatilität, aber wenn ich 20 Jahre anlege, mit dann teuren Gebühren, ist doch eh egal quasi, was die Volatilität ist, also wenn ich das Geld nicht brauche, warum soll ich dann in die Struktur investieren, wo ich nur alle zwei Jahre mein Geld rausbekomme und das fand ich dann. Stimmt, jetzt erinnerst du dich daran, das war echt ein interessanter Aspekt, den du eben genannt hast, von wegen, wir legen alle zu liquide an, weil eigentlich hast du ja recht, also wenn wir, wenn du einen ETFs anlegst und hast du ja diesen Liquiditätsvorteil, dass du die jederzeit dumpen kannst, sozusagen fast komplett, außer du hast wirklich sehr, sehr großes Volumen drin, aber auf der anderen Seite ist der Aktienmarkt ja liquide, also wie könnte man sowas strukturieren, dass das quasi illiquide wird und du dir dadurch einen Renditebonus holst, gibt es sowas? Ich habe mal irgendwie ein bisschen geschaut, also das ist auch immer so das Thema, Private Equity ist irgendwie wie gehebelt in US-Small-Cap-Value-Aktien zu investieren, weil es sind die ganz günstigen, ganz profitablen Unternehmen und dann packst du da viel Leverage drauf und hast das gleich Risikoprofil. Das finde ich ist ein bisschen simplifizierte. Vielleicht gar nicht so falsch, oder? Weil ich meine, Private Equity kann ja nur bis zu einer gewissen Größe gehen. Ab einer gewissen Größe haben selbst große Private Equity Fonds nicht genug Kohle, um das zu machen. Wenn du mal guckst, also welche Firmen von der Börse runtergenommen werden, also going public, sorry, going private, also Private Equity Fonds suchen sich ja manchmal so Firmen aus und das ist ja dann mehr so im Small-Cap-Bereich, um die dann quasi von der Börse runterzuholen. Genau, also das ist natürlich gefundenes Fressen für die Private Equity Fonds. Es ist halt nicht... Wenn sie eine hohe Marge haben und unterbewertet sind. Genau, aber ich finde immer so ein bisschen das Thema, weil dann machst du irgendwie so die Rechnung, ja, ich suche mir den Small-Cap-US-Value-ETF und dann nehme ich an, ich habe da irgendwie 30% Hebel drauf oder 50% Hebel drauf oder sowas und mit x Prozent Zinskosten komme ich dann auf der gleichen Rendite raus. Aber das ist natürlich ja nicht eins zu eins die Leverage, die quasi ein Private Equity Fonds verwendet, weil quasi wenn du ja heute so zur Bank gehst oder quasi deinen Broker hast und da eben Leverage drauf aufnimmst, dann hast du ja quasi immer das Risiko, dass es den Margin Call gibt, also dass du sozusagen die Nachschlussverpflichtung hast und wenn du quasi da einmal den Wert unterschreitest, dann quasi so wie so das Knockout-Zertifikat, du bist raus. Aber so ist es ja nicht beim Private Equity Fonds. Die bleiben ja die Firmen sozusagen. Ja, genau, der Bank ist ja egal, was die Firma wert ist, solange der Cashflow kommt und deswegen ist das jetzt nicht so eins zu eins replizierbar. Gibt es auch ein paar spannende Leute zu, die da irgendwie drüber geschrieben haben, die das irgendwie gut finden, die es schlecht finden. Aber das hatte ich mal durchgerechnet, aber so einen richtigen Proxy kenne ich jetzt niemanden. Außer du sagst halt, ich nehme irgendwie Leverage auf meinen MSCI World ETF drauf. Da gibt es auch ein paar Studien, aber das kann man jetzt auch mit gutem Gewissen niemanden anraten, der sich nicht damit irgendwie ernsthaft beschäftigt hat. Die Frage haben wir ziemlich aufgekriegt, dass oder mal in den gut laufenden Zeiten, in den 20, 20, 21er Jahren, haben super viele Leute gefragt, guck mal, wenn ich doch hier meine im Grundgesetz vorgeschriebenen sieben Prozent sichere Aktienmarktrendite bekomme, warum soll ich denn dann nicht einen fetten Kredit aufnehmen und investieren? Und tatsächlich fehlen da ein kleines bisschen die Argumente dagegen. Es gibt ja auch, ich glaube, es gibt einen zweifach gehebelten MSCI World oder sowas. Also ich glaube, zwei ist so das Maximum. Und es gibt es eigentlich, wenn du wirklich jung bist und eine super lange Anlagehorizont hast, wenige Argumente, die wirklich ernsthaft dagegen sprechen. Also außer natürlich das Thema Risiko. Ich glaube, durch die Fahrtabhängigkeit hast du dann auch nicht genau zweimal die Rendite, sondern ein bisschen weniger. Und du legst bei den Kosten ein kleines bisschen drauf. Von daher hast du nicht genau dieses 2x, aber ich glaube, nach unten hast du es schon. Aber gerade bei jungen Leuten, ich persönlich würde es nicht machen, ist natürlich super riskant. Aber wenn das Produkt an sich schon gehebelt ist, weil wenn du einen Kredit aufnimmst, hast du ja immer das Problem, dass du nicht die gleichen Laufzeiten hast. Also deine langfristige Rendite kriegst du ja nur langfristig. Aber es kann ja sein, dass deine Kreditlaufzeit ausläuft. Also beispielsweise, du hast dein Haus bedient oder sowas. Und dann ist das ja quasi ein Margin Call. Ja. Ich würde mir jetzt die Frage stellen, quasi genau, was läuft besser, wenn du quasi einen ETF kaufst und den hebelst oder ob du den gehebelten ETF kaufst. Ich habe jetzt dafür irgendwie keine Grundlage. Mein Bauchgefühl würde mir sagen, irgendwie an dem gehebelten ETF, weil du das vielleicht über Optionen oder Futures machst, dass das irgendwie mehr Risiko hat. Ja, definitiv. Ja, klar. Durch den Hebel hast du mehr Risiko. Ganz klar. Auch mehr Kosten und eine Fahrtabhängigkeit. Also da bist du auf jeden Fall benachteiligt. Weil da gab es auch, ich glaube, die Geschichte, es gab irgendwie so einen gehebelten Öl-ETF, als der Ölpreis so krass abgeschmiert ist irgendwie vor ein, zwei Jahren. Und der war davor dann irgendwie bei 100 Dollar. In Covid war er negativ, ne? Der WTI. Ja, genau. War bei minus 40 oder so. Und ich glaube, der ETF war irgendwie bei so 100 Dollar und dann ist der halt jetzt bei 1, 2 Dollar, weil natürlich, nur weil es irgendwie 90 Prozent runtergegangen ist, heißt nicht, dass es nochmal 90 Prozent runtergegangen kann. Nein, nein, nein. Und, also, es gibt da super interessante Paper, aber es ist jetzt auch, ja, also, also, einen Bankkredit dafür aufnehmen, das fände ich, glaube ich, schwierig. Ja, definitiv. Ich auch. Aber, also, wenn du es rein rechnerisch betrachtest und wir sagen, okay, wie kann ich denn maximal vier Rendite haben? Naja, durch Stockpicking, aber Stockpicking ist ja im globalen Durchschnitt, verlierst du ja damit. Ja. Gibt es ja genug, gibt es ja genug Nachweise dafür. Okay, also, was muss ich machen? Ich muss maximal Diversifikation, weil Diversifikation ist das einzige Free Lunch, was ich habe an der Börse. Und, ähm, wenn ich das jetzt, ähm, erhöhen will, dann kann ich das nur durch Hebel machen. Dann erhöhe ich natürlich mein Risiko. Und das ist ja auch eigentlich, wenn du dir die Theorie, dieses Cap-Modell anguckst, ne, ist es ja auch, du hast das Marktportfolio, wenn du weniger Risiko willst, machst du ein bisschen mehr Risiko frei. Wenn du mehr willst, leihst du dir zum Risikofreien. Das ist alles so die Theorie zumindest. Ja. Ich glaube, das ist auch sehr abhängig vom Hebelfaktor. genau die ganzen irgendwie strukturiert, also, die ganzen gehebelten ETFs sind ja irgendwie bei zweier Hebel, dreier Hebel, was ja quasi, wenn du das jetzt überführen würdest, das wäre, zwei Hebel wäre 100% Leverage. Keiner würde, also, kein sophistizierter Investor würde quasi unabgesichert 100% Leverage aufnehmen. da kenne ich dann eher so Geschichten, okay, wir packen irgendwie 20% Leverage aufs Aktienportfolio, weil wir uns das irgendwie in Covid-Zeiten super günstig von der Bank leihen, also so Family Offices. Wir konnten uns irgendwie 20% quasi leihen aufs Portfolio zu irgendwie 1% Zinsen pro Jahr und selbst auf 10 Jahre, also, kann man auch irgendwie ein paar schöne Sachen durchrechnen, also, ich glaube, auf 13 Jahre hat man historisch, glaube ich, beim MSCI World noch nie Geld verloren, du hast auch kein Geld gemacht dann, aber du hast es nicht verloren und wenn du da sagst, okay, du denkst lang genug nach vorne, dann kann es natürlich schon klappen. Ja. Alles, wie gesagt, keine Anlageempfehlung, aber wir wollen hier ein bisschen über Zockereien sprechen und so weiter. Nee, ich habe dich deswegen extra zu dieser Hedgefond-Thematik gefragt, weil hier habe ich ein ziemlich interessantes Interview. Das wollte ich eigentlich mal Holger abspielen, aber da wir es jetzt schon drei Folgen vor uns hergeschoben haben, wollte ich es dir jetzt mal abspielen. Das ist, genau, hier wird ein Finance-Professor gefragt, warum Menschen in Hedgefonds investieren. Können wir ganz kurz reinhören. Warum wollen wir normalen, wirtschaftliche Menschen in Hedgefonds investieren und private Ereignisse, obwohl sie ihre nachvollziehbaren Vorteile zu einem rationalen Investor? Well, you know, das kommt zurück zu dem Thema der Statistik das ich beschreibe. Das Minimum, zu investieren in ein Index-Fund might be 3.000 Dollar. You know, he says, I don't want to be with those little people. You know, I am now a big shot. I have 10 million dollars. Let me have something that is unique to those high ones. Genau, also ich fasse noch ganz kurz zusammen. Es ist, warum investiert man in Hedgefonds? Weil es Signaling ist. Ich möchte nicht mit den kleinen Mini-Accounts sein, die 3.000 Euro in ETFs investieren, sondern zeig mir irgendwas, wo ich sehr, sehr viel Geld reinstecken muss. Wie siehst du das? Hat das was mit Signaling zu tun, dass Menschen zeigen müssen, dass sie in Hedgefonds investieren? Also ich weiß jetzt nicht, ob es spezifisch ist für Hedgefonds, aber also generell gesagt würde ich dem Argument schon zustimmen. Also das ist ja immer so, also ich finde immer so dieses Beispiel ganz gut, irgendwie so die Dinner-Party-Conversation oder sowas. Wenn du da irgendwie so, du hast einen großen Tech-Exit gemacht und sitzt dann irgendwie neben 10 anderen Superreichen ab Tisch und dann gehen alle rum und fragen, okay, welches cooles Investment habe ich gerade gemacht? Willst du ja nicht sagen, ja, mein ETF-Proper läuft weiter richtig gut, sondern du brauchst schon nochmal ein bisschen was Spannenderes. Und ich sag mal, wenn man es jetzt wirklich ganz rational betrachtet ... Das ist ja eine gute Story am Start mit Sino und GameStop, läuft. Ja, braucht man noch paar Nullen mehr, aber grundsätzlich, also ich weiß jetzt nicht, ob es spezifisch ist für PE oder Hedgefonds, aber ganz viele Sachen machen rational keinen Sinn. Also tatsächlich Venture Capital, wenn man schaut, vielleicht nochmal, PE ist nochmal ein bisschen anders, also du und ich können jetzt schwer irgendwie, gut, bei euch gibt es ja bald den MBO, habe ich gehört, aber separat davon, so du und ich können jetzt schwer morgen irgendwie 10 Millionen Euro in die Hand nehmen und irgendwie ein Unternehmen kaufen. Venture Capital kann natürlich irgendwie jeder machen und ich bin da auch sehr realistisch, also wir als Family Office, wir haben da sehr viel Venture Capital historisch auch gemacht, paar gute Deals, aber spätestens dann, wenn irgendwie ein Deal bei uns ankommt von einem eigentlich sehr gehypten Gründer, dann schwillen bei mir da alle Alarmblocken ran, weil ich halt weiß so, ich bin bei dem auf der Liste nicht auf Platz 1, ich bin bei dem auf der Liste auf Platz 50 quasi und alle davor haben Nein gesagt, so, wenn der Deal bei mir ankommt, kann er nicht gut sein und wenn man dann eben ganz rational drauf schaut und sich Frage stellt, okay, was war jetzt besser, mein VC Investment oder mein Nasdaq ETF, vor allem jetzt sogar die letzten Jahre, selbst in dem Tech Bullrun, fand ich schockierend, wie schlecht zumindest der durchschnittliche VC Fonds im Vergleich zu dem Nasdaq ETF gelaufen ist. Ich glaube, das waren echt nur so zwei, drei Prozent Differenz, also wirklich an einem, dem besten Markt ever für Venture Capital, das ist natürlich der Durchschnitts-VC Fonds, die richtig guten VC Fonds haben natürlich bandrechnende Renditen, aber halt auch wieder so das Beispiel, wenn du eben sagst, ich möchte rationaler Investor sein, so ich glaube jetzt nicht irgendwie ein Stockpicking oder Manager Selection, wo quasi dich dazu führt, im Public Market macht ein ETF Sinn, wenn ich das quasi übertrage auf die Private Markets, muss ich mir auch die Frage stellen, okay, wie schaffe ich denn die Medianrendite zu erzielen und wenn ich quasi die Median oder Durchschnittsrendite erziele, lohnt es sich denn für mich? Und ich finde bei Private Equity, ich persönlich finde, das ist noch der Fall, wenn du das Geld eben nicht brauchst, weil okay, zwei, drei Prozent mehr pro Jahr über zehn Jahre ist halt schon ein starkes Compounding, aber bei VC, wo ich halt weiß, der Durchschnitts ETF oder Durchschnittsfonds, sorry, performt so gut wie der Nasdaq und den Nasdaq kann ich jeden Tag verkaufen, also wenn du durchschnittlicher VC-Investor bist, solltest du es nicht tun und genau, eben immer der Punkt, also VC glaube ich auch noch mal als Beispiel, klar machen das Leute, um Geld zu verdienen, aber letztendlich wird das natürlich auch oft gemacht, um so, du warst erfolgreicher Gründer, genau, und du möchtest dein Wissen einfach weitergeben, das fühlt sich eben gut an und das ist ja in gewisser Weise, wisser Art und Weise auch schön, wenn quasi Leute so viel Geld verdient haben und dann sagen, okay, ich möchte quasi hier Geld zurückgeben, aber idealerweise eben auch einen Impact haben, positiv oder zumindest. Ja, wobei, man kann halt den Social Aspekt sehen, aber wenn du Geld verlierst in ein Startup, weiß ich nicht, ob das einen wirtschaftlichen Nutzen erzeugt hat. Och, das ist doch eigentlich, ich sag mal, schöne Unverteilung, entweder quasi zu den Mitarbeitern oder im Worst Case halt an Apple, Google und Co. Genau, wollte ich gerade sagen, das sind ja die, die am meisten profitieren. Es gab mal irgendwie so eine, ich sag mal, so eine Zahl auf Twitter, sorry, X, aber die wurde, glaube ich, widerlegt, dass irgendwie so in Hochzeiten irgendwie 30 Prozent von VC-Funding ging an die ganzen irgendwie Cloud-Anbieter oder sowas. Ich glaube, das war doch etwas weniger, aber gerade vor allem, also, wenn du schaust, wie viel von irgendwie, keine Ahnung, also, das sind die, die die schippen, den Goldgräbern verkaufen, die schaufeln. Genau, das ist das, was man machen muss. Sehr gut. Kann ich schon bestätigen, also, ich habe ja auch selbst vier kleine Startup-Investments getätigt, weil ich da irgendwie reingerutscht bin und gestolpert. Bis heute habe ich dann nur bezahlt, Geldchen überwiesen, noch nie einen Euro gesehen, also, ja. Aber ist auch nicht das Ziel, also, muss ich dazu ganz klar sagen, also, in meinem persönlichen Walls-Tracking ist das auf Null gesetzt, also, aber ab Investment. Dann musst du vielleicht einfach sehr breit diversifizieren. Nee, nee, ach, das ist auch, weißt du, das sind dann so Leute, die ich super cool finde und wo ich einfach Lust habe, da ein bisschen näher dran zu sein und da geht es nicht darum, und wenn es zu viel wird, also, wo man auch, also, wo ich halt auch einen kleinen Mehrwert bieten kann, im Sinne von, ich habe so ein bisschen Ahnung in dem einen oder anderen Bereich, weißt du, und da kann ich was dazu steuern und wenn es zu viel wird, dann verbringe ich an meiner Zeit nur noch das am Machen, ja. Passt ja perfekt, das Beispiel. Genau, deswegen höre ich jetzt auch auf damit. Das war mal eine spannende Zeit, aber, ja, mehr auf meine Firma konzentrieren. Jan, wir haben die Stunde bereits überschritten, ich danke dir sehr herzlich, war eine gute Zeit und, ja, ach so, ja, noch ganz wichtig, in den Show Notes findet ihr einen Link zu Jans LinkedIn, das ist so deine, deine Favorite Plattform, oder, glaube ich, wo man immer wieder mal die eine oder andere Analyse lesen kann und, ja, dann hoffen wir mal, dass in den nächsten, sagen wir mal, mindestens zwölf Monaten Holger nochmal Urlaub macht oder so und dann, dann sprechen wir uns nochmal. Super, wunderbar, vielen Dank, dass ich da sein durfte. Ja, danke dir für deine Insights. Nächstes Mal dann bitte mit einer, mit einer Story aus dem Goldmangarten. Das sind immer die beliebtesten hier. Oh, bis dann. Podcast Ende. Bis nächste Woche.